Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matthias, es wird wieder Zeit für ein neues Kochvideo. Heute zeige ich euch wieder eine leckere Spezialität aus Osteuropa, genauer gesagt aus Rumänien. Das ist auch ein Nationalgericht in Rumänien und zwar Ciorba de Peresuare, was so viel heißt wie Fleischbällchensuppe. Fleischbällchen Leute, Fleischbällchen, schon bei diesem Wort gerate ich total in Ekstase. Das kann nur gut sein. Glaubt mir, das ist wirklich sehr lecker und wie man diese rumänische Ciorba de Peresuare zubereitet, das zeige ich dir in diesem Video, also bleib dran. Ich denke, dass die An routines pro behinder sich viel wie ein kleines Jaumann in der tempo, die bevorstechen Sie denn in der Zeit schnell. Wenn Sie das in der Zeit nicht vergessen, wird, was Sie alles in die Zeit vergrüßt wollen. Ich denke, dass Sie alle, die in der Zeit nicht vergrüßt wollen. Das führt zu einem Plan, erst einmal in der Zeit, zwei, 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 drei, drei oder drei, drei, zwei, drei, 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 zwei, drei, zwei, drei, 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 drei und vier. Die Zeit nicht vergrüßt werden, warum Sie nicht mehr wissen, was Sie nicht mehr vergrüßt? Die Zeit nicht mehriam ich, ist übrigens. Die Zeit nicht mehr im Leben, Seine Zeit nicht mehr Geld, die Zeit nicht mehrucht werden, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020